Hallo, ich bin der Mohamed, ich komme aus Berlin. Ich bin der Agenturinhaber von seofictures.de und wir sind spezialisiert auf professionelle Produktbilder für Amazon. Es gibt viele Händler, die ihre Produktbilder selber machen, zum Teil vieles richtig machen, aber sie haben zum Teil aber auch sehr große Fehler und das machen wir hier in den Gesprächen. Ich gebe ihnen Tipps, wie man das verbessern kann. Ja, die Session, die war überraschend sehr, sehr voll. Thema war, wie du innerhalb von 30 Sekunden dein Produkt so erklärst in den Bildern, dass du deine Retouren erstens minimierst, dass du gleichzeitig dein Produkt sehr gut und sehr schnell erklärst und drittens, wie du mit der künstlichen Intelligenz es schaffst, einzigartige Stockumgebungen nach deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen so zu generieren, dass du den Kunden wirklich fesselst, dabei auch noch sehr viel Geld sparst und auch noch deine Mitbewerber wirklich mehrere Kilometer hinter dir lässt. Wenn ihr natürlich Interesse habt und die Präsentation haben möchtet, schickt mir einfach eine Direktnachricht, PM, DM, was auch immer. Am Seller Barcamp bin ich jetzt seit fünf Jahren oder sechs Jahren dabei, auf jeder Messe. Bin quasi so der Stammsponsor im Zwischen. Das macht natürlich sehr viel Spaß, hier immer jedes Jahr dabei zu sein.